was haben der dax und der amerikanische markt gemeinsam die richtung was unterscheidet die beiden der eiserne wille der dax erschießt weiterhin nach oben wir sehen dass heute die aktuelle tages kerze wenn ihr das hier oben rechts mal schaut hier total grün natürlich noch also weiter gestiegen es ist also offensichtlich noch längst keine schlechte stimmung zu sehen im deutschen markt nein nicht mal für eine pause reicht es richtig man strebt weiter nach oben man sieht hier so ein bisschen korrektur verhalten hier da hatten wir letzte woche schon drüber gesprochen das war noch am freitag immer so dieses latent wenn es runter geht so ein bisschen dreiwellig oder korrektiv überschneidend eben aber immer wieder die ausbrüche über die zwischenhochs und damit die fortsetzung nach oben also bis dahin alles noch super das einzige was man vielleicht jetzt hier bemängeln kann ist die aktuelle jüngste kerze hier im 15 minuten chart die ist ein bisschen wendemäßig denn der kurs war schon mal weiter oben bis 14.430 in etwa und ist jetzt dann doch noch mal wieder ein bisschen runter gekommen aber wer will es ihm verdenken nach dem anstieg den wir bisher hatten es gibt also noch nicht wirklich was negatives hier zu sehen wenn ihr diese videos häufiger guckt wisst ihr was negativ wäre wenn wir einen schub nach unten mal bekämen also nicht dieses korrektiv verhaltensmuster sondern einen schub nach unten bekämen und der das ganz wichtig gefolgt wird von einer dann korrektiven bewegung nach oben hier sind die korrektiven bewegung nach unten auch hier sind sie nach unten die sind alle relativ klein jetzt hier wenn ihr aber frontab eine starke bewegung runter hatte danach wackelig nach oben und das ist ganz wichtig getriggert werden auf der unterseite hier hätte man vielleicht auch sagen können könnte das vielleicht ja aber wir haben immer noch steigende tiefs also nie getriggert worden also nicht mal der ansatz für die möglichkeit hier auf die short seite zu wechseln solange das nicht der fall ist bin ich der meinung ist die long seite ganz gut das kann sich jederzeit ändern bitte niemals übertreiben bitte niemals denken siehste es kann ja gar nicht anders sein doch doch das wird die realität euch früher oder später zeigen aber aktuell ist es noch nicht erkennbar ein bisschen sollten wir uns allerdings darauf einstellen dass vielleicht so eine korrektur hier mal wieder passiert das wäre auch generell gar nicht schlimm denkt immer dran dann hätten wir ein zwei drei vier fünf in der mitte und dann hinten noch mal da kennen noch meine fünfte hinten dran also ihr seht selbst so ein rücksetzer der dann vielleicht mal um 1000 punkte vielleicht oder naja um viele 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 hundert punkte runter geht müsste noch nicht das generelle bullenbild kaputt machen das wäre halt erstmal nur eine korrektur dieser sehr starken anschubrichtung die wir hier nach oben haben aber wie gesagt noch ist es nicht zu erkennen es kann natürlich jetzt jederzeit los gehen deshalb wenn ihr das nicht haben wollt ich habe das vom wochenende ganz ausführlich erklärt schaut euch gerne das video dazu noch mal an aber wenn ihr das nicht erleben wollt dann oder überleben wollt dann müsst ihr natürlich einen engen trailing stop hinterher ziehen einfach zu sagen okay solange es läuft super und wenn er dann dreht ja meine güte dann habe ich meinen spaß schon gehabt wer den einstieg verpasst hat wartet auf den nächsten korrektiven rücksetzer und dabei ist die größe fast schon egal hier haben wir jetzt im moment noch nichts in der gleichen aber am amerikanischen markt möglicherweise wobei wir hier ein ganz gutes beispiel haben schaut euch das ist jetzt der dow jones fünf minuten chart schaut euch diese bewegung an und schaut euch dagegen diese bewegung an und dann habt ihr schon eine grobe idee was die bessere richtung ist das ist natürlich niemals ein beweis dass danach der kurs kilometer nach oben laufen muss das deutet aber an dass die aufwärtsseite im moment einfach noch die bessere zu sein scheint allerdings gibt es wer genau hinguckt so ein bisschen naja ein wehmutstropfen wenn man will eigentlich finde ich dieses bild was wir hier haben durchaus auf der bullischen seite angenehm so dann hier die abwärtsseite dann ist das hier der trigger also das letzte zwischen hoch was ihr hier zwischen den tiefs eben habt das ist das letzte der höchste punkt das ist schon getriggert worden vielleicht hat es da ein oder andere von euch ja umgesetzt oder zumindest mal gesehen insofern ja ich sehe eine ganz gute chance dass der kurs weiter nach oben geht allerdings muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich dieser diesen teil der aufwärtsbewegung angucke und diesen teil sehe ich dass wir in der aufwärtsbewegung ganz schön viel korrekturen haben mit kursüberschneidung da bin ich immer sehr vorsichtig wenn das so losgeht dann muss ich sagen ja aufwärts immer noch besser aber eben auch nur besser denn die aufwärtsbewegung fängt an ein bisschen müde zu werden wenn ich das mal vergleiche wie er hier noch unterwegs war wie er hier unterwegs war gut darüber müssen eigentlich nicht diskutieren aber solche bewegungen die er da gemacht hat wenn ich mir hier angucke wie das jetzt hier aussieht dann würde ich sagen ist der dow jones so langsam aber sicher im ermüdungsbereich nach vorstellen könnte es mir zumindest mal ein rücksetzer wir hatten darüber gesprochen vor dem wochenende da hat sich nichts daran geändert ich lese euch das ganze jetzt nicht noch mal hier vor aus dem chart schaut euch gegebenenfalls das noch mal an wenn es in der größen in der nächsten größenordnung haben wollt also ich sag mal so der übergeordnete teil der gefällt mir noch besser auf der oberseite trigger wie gesagt hier theoretisch könnte man auch noch mal versuchen hier reinzukommen aber in anbetracht dessen dass so ein rücksetzer ja durchaus nicht unrealistisch ist macht dann euren stopp nicht so arg weit weg eine möglichkeit wäre dass ihr den stopp hier unten drunter setzt das ist hier das tiefste ungefähr 33.640 könnt ein bisschen höher vielleicht setzen 670 in etwa das wollen wir nicht mehr sehen wenn es wirklich nach oben geht natürlich kann der kurs den stopp hier weg holen und nachher noch nach oben gehen aber je weniger er die dynamik nach oben hat desto weniger realistisch sind deutlich gestiegene kurse weniger realistisch heißt längst nicht unmöglich aber eben nicht so wahrscheinlich mehr und dann sage ich dann ziehe ich mich halt wieder zurück dann habe ich halt hier vielleicht ein minus trade gemacht aber meine güte was soll das wenn es dann doch noch vorher dreht und nach oben läuft habe ich unter umständen eine menge platz denn der markt ist ja durchaus im aufwärtstrieb den wir da jetzt sehen ihr seht übergeordnet das wird früher oder später kommen da bin ich mir relativ sicher die frage wird sein ob es jetzt schon kommt oder ob es ein bisschen später erst kommt also erst noch weiter steigt das weiß ich so auch nicht allerdings das muss ich sagen finde ich nicht so gut ehrlich gesagt hier die geschichte für die fortgeschrittenen unter euch denkt noch mal daran schub nach oben abc runter abc hoch noch mal einmal runter bis ungefähr hier also bisschen tiefer vielleicht als die marke und anschließend nach oben und schon hätten wir von hier bis da nichts anderes als eine abc und viele werden jetzt schon laut ausrufen er meinten flat er meinten flat und genau das ist richtig das meine ich das ist eine flat korrektur im prinzip der ganz ganz kleine bruder im fünf minuten chart von dem was wir hier hatten drei wellig das ist der falsche taste gewesen drei wellig runter drei wellig hoch und nachher noch mal schub nach unten und anschließend dann wieder die fortsetzung also sowas ähnliches könnte ich mir hier auch vorstellen wer das überleben möchte dem für den ist dieser engere stopp natürlich nicht so optimal ich sag mal so hier wäre die engere variante wer das überleben möchte der müsste eigentlich den stopp bei 33.400 in etwa oder vielleicht ein bisschen höher vielleicht 33.000 naja ich sag mal bis 500 in etwa da gehen ich weiß dass es für viele eine sehr weite strecke das kann ich nachvollziehen wem das zu weit ist dann lieber nicht machen aber vom chart verlaufsmuster ist das eben ganz normal aber bitte behaltet eure risiken im auge nicht dass ihr jetzt sagt oh der stopp ist gut ja der stopp ist von der logik gut aber er ist ja nicht dass er nicht gerissen werden kann und dementsprechend wer dann sagt oh ja wer nicht so schön wäre ganz schön teuer dann natürlich nicht machen stops müssen immer so liegen für euch dass sie nicht teuer sind eigentlich ist es die positionsgröße die anpasst die stops solltet ihr das ist ganz wichtig beim traden nicht so legen dass es euch passt sondern dass sie der logik entsprechend sind eures handelsansatzes oder jetzt hier unseres verlaufsmusters beispielsweise entsprechend und die positionsgröße ob ihr zehn stück handelt nur fünf stück nur ein stück acht stück wie viel auch immer oder 100 stück von was auch immer das hängt dann davon ab wie eure kontogröße ist und euer risiko auf euer konto dann eben bemessen sein soll sprich das money management viele machen den fehler dass sie sagen dann wird es mir aber zu teuer dann mache ich einen stopp enger ran und wundern sich dass sie dauernd ausgestoppt werden ja der stopp liegt dann für euch angenehm aber für den markt da sagt sich ich weiß noch nicht wo der es angenehm findet also entspricht da nicht der logik das ist ein fehler den aus meiner sicht viele machen dass sie den stopp für sich selber anpassen den stopp müsst ihr so hinlegen dass er für den markt schmeckt die positionsgröße müsst ihr so anlegen dass sie euch schmeckt das ist die entscheidende einstellung sozusagen und wenn ihr sagt ja aber dann kann ich mir den schweden nicht leisten ja da habt ihr die antwort schon gegeben dann könnt ihr euch den schweden einfach nicht leisten dann nehmt ihr halt den nächsten wo der stopp vielleicht für eure situation dann besser passt bitte dann nicht sagen ja dann mache ich so das zwar teuer aber wenn es gut geht ist ja ja aber es geht halt häufig auch nicht gut das ist ebenso bei der börse und dann darf ein einzelner verlust oder auch mal zwei drei verluste eben nicht so sein dass ihr lust und kapital verliert bei der ganzen geschichte na gut also ihr seht das hier das sind so diese klassischen verlaufsmuster die ich mir vorstellen kann wer also dieses jahr auch überleben will also dieses abc musste der müsste den stopp vielleicht ich sag ja ungefähr 33.500 hinlegen damit es das flat überlebt der etwas aggressivere stopp den würde ich dann hier drunter ich sag mal ungefähr hier hinlegen man könnte das jetzt auch noch messen also aber ich sag mal so wenn er jetzt weiter nach oben strebt okay aber wenn er mich dann da rausholt na gut dann bin ich dann draußen dann muss ich halt notfalls später nochmal versuchen neu reinzukommen in den markt beim s&p sieht das grundsätzlich ähnliche aus auch hier seht ihr dass die aufwärtsbewegung grundsätzlich mal relativ stark ist diese abwärtsbewegung ganz klar korrektiv ist ja also wenn ihr nicht mehr so sicher seid abc vielleicht sogar noch mal einmal weil der ist noch tiefer also fallende hochs fallende tiefs das ist ein klassischer abwärtstrend hier wurde es gebrochen das wäre also ein möglicher einstieg hier ist eigentlich das doofe dass wir hier vorne wie viel wellig unterwegs sind und wir wissen drei wellig jawohl ist eigentlich nicht die hauptrend richtung also ihr seht schon der markt fängt an so ein bisschen ins zaudern zu kommen noch gefällt mir die aufwärts richtung von der geschwindigkeit besser aber wir sehen die marktteilnehmer werden ein bisschen pingeliger das heißt nicht dass der markt jetzt sofort dreht aber die chance besteht eher dass leute die nerven verlieren und sagen jetzt mach ich zu jetzt mach ich die gewinne nehme ich mit oder vielleicht sogar eine short position eröffnen im moment sehe ich dann noch keinen so großen druck denn diese abwärts bewegung ist ganz klar korrektiv und anders als beim dow jones ist der anstieg den wir hier im fünf minuten chart haben einwellig und dementsprechend wäre das hier vielleicht sogar noch etwas was wir in den nächsten minuten vielleicht schafft ihr es noch rechtzeitig wenn ihr das video schnell genug angeguckt habt achtet mal drauf das tief 1545 das hoch 1615 wenn er jetzt hier abc so in diese hälfte dieses gebiets hier so reinkommt wichtig ist dreiwellig und wenn es nicht dreiwellig ist wie war korrektiv ja irgendwie so dass es dauernd überschneidet dann habt ihr hier mögliche long trigger also vielleicht bietet sich da gleich etwas an stop könnte zum beispiel dieses tief hier sein könnte dieses sein und oder respektive die 78er marken da drauf das hatte ich letztens mal erklärt wenn ihr das schon wisst ist super dann finde ich die noch besser der ist natürlich sehr aggressiv aber gibt tolles chance risiko verhältnis der ist etwas harmloser also etwas weniger aggressiv aber dafür natürlich das crv chance risiko verhältnis nicht ganz so gut aber wäre für mich dann noch mal ein für den ganz kurzen trader unter euch und ich rede nicht von der körpergröße aber von der zeiteinheit hier noch mal etwas das sieht beim nasdaq übrigens sehr ähnlich aus also wenn ihr das hier noch mal anschaut ich mache das noch mal groß fünf minuten schad ihr seht der teil was ist das dreiwellig ist nicht so toll aber ich sehe die abwärtsbewegung die wir haben mal sie einfach mal so mit dem finger hinterher und dann seht ihr ja wohl ungefähr so und ihr seht dauernd überschneidung das ist offensichtlich korrektiv das heißt die abwärtsrichtung so hässlich ich sie gezeichnet habe ist nicht die hauptrend richtung also wäre das ein möglicher trigger für die long seite das letzte zwischenhoch was ihr hattet die letzten beiden tiefs das hoch dazwischen das wäre also ein möglicher trigger schon gewesen stop für die idee hier unten drunter beziehungsweise die 78er können wir mal so ganz grob verorten das wäre hier bei 11.726 wohlgemerkt beim dezember future kontrakt ich weiß nicht alle haben den future kontrakt messt also vom tiefsten bis zum höchsten punkt hier nochmal dann habt ihr diese marke bleibt der kurs oberhalb möglichst wackelig haben wir vielleicht sogar eine chance neu einzusteigen da auf der oberseite oder vielleicht sogar dann hier auf der oberseite und hätten hier die stopp variante oder eben unter diesem punkt hier das ist die engere die kleinere variante die etwas größere variante ist hier an der stelle bitte bitte nicht vergessen also schon gerade getriggert worden nicht vergessen dass es keine garantie ist dass es funktioniert sondern der reiz dieser geschichte ist dass es halt statistisch häufig genug gut funktioniert als dass man damit spaß hat wenn ihr jetzt also glaubt oh klasse den trade mache ich habe ich ganz sicher gewinnen sagt er ja auch als berufshändler der macht das 30 jahre wird ja wissen was jetzt als nächstes passiert nee ich weiß überhaupt nicht was als nächstes passiert ich kann genauso mit euch mitraten oder mitfiebern das einzige was ich weiß dass es statistisch häufiger ist dass wir dann diese marke da oben nochmal durchstoßen als dass wir jetzt dann nach unten nochmal weg gehen und dass ich bei dieser trading überlegung die ich habe ein dafür passend gutes crv habe die situation hier ist nicht ganz so perfekt aufgrund dieser vorgeschichte wäre das ein fünffälle würde ich viel begeisterter davon sprechen wäre das die erste welle ist er aber nicht der kurs kam ja schon von hinten dann wäre ich sogar total begeistert hier ist es jetzt etwas was wir fortsetzungs trade nennen warum naja weil es hier schon dauernd rücksetzer gab zwischendurch mal also da müsste ich dann eine zeitebene größer gehen also wir hatten hier schon rücksetzer da schon rücksetzer also das was wir hier sehen das ist das was sie hier gezeigt haben ist jetzt nicht die erste korrektur trotz alledem sehe ich eine gewisse chance und eine idee für die kürzerfristigen falls wir irgendwie sowas hier machen dann sowieso long gehen ansonsten für die etwas langsameren oder die nicht jetzt so genau immer gucken wollen sind solche punkte sehr sehr leicht zu finden aus meiner sicht zumindest mal unterbieten sich an wichtig ist dass es hochs der abwärtsbewegung sind und nicht hochs der aufwärtsbewegung sind ja letzte tief vorletzte tief das hoch dazwischen also immer links vom tiefsten punkt messen ja also nicht dass ihr dann sagt hier waren wir doch auch schon getriggert nee das ist ja eine aufwärtsbewegung ist ja hier höheres hoch tief also der trigger hier wäre da oben gewesen ist nicht getriggert worden insofern unkritisch und wenn ich das hier gucke hier zum beispiel machen wir noch mal eine leseübung zum schluss hier an der stelle wo wäre hier der letzte tief vorletzte tief wenn ihr sagt da ist doch ein tief ja aber das ist ja höher als das also letzte tief vorletzte tief hier wäre der trigger also es ist nicht so schwer wenn man einmal so ungefähr den bogen raus hat denkt immer dran das ist nicht absolut ich möchte nicht dass ihr den eindruck habt guck mal das funktioniert jetzt immer und ich kann damit keine verluste mehr haben aber trefferquote und chance risiko verhältnis sind dann zu eurem gunsten so ich hoffe dass euch die märkte zu euren gunsten unterwegs sind dass ihr vieles davon sinnvoll und positiv umsetzen könnt dafür drücke ich euch die daumen wir hören uns in wälde wieder bis dahin macht's gut ciao ciao